Willkommen bei Ihnen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch hier, wie ihr schnell und einfach Coins machen könnt. Freunde, zudem zeige ich euch, welche Infos ihr investieren könnt vom aktuellen TDW. Freunde, wenn es euch richtig gefällt, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Seid ihr auch neu hier, Freunde? Würde mich sehr über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ab geht's! So Freunde, schaut noch sehr, sehr gerne bei meinem neuen Sponsor vorbei. Hier mit dem Rabattcode Alex bekommt ihr auch nochmal 6%. Dazu Link in der Beschreibung abchecken. So Freunde, ihr seht hier, wir haben 40 Verkäufer am Start und ja, man muss sagen, ich habe das hier getestet mit der Silbermethode, mit der MLS und der Ehrendevise und muss sagen, diese Methode läuft immer noch top, top, top. Also ich zeige euch die hier nochmal, ist ein bisschen jetzt abgeändert, weil ja, ihr seht, dass die kosten nur noch 600, vor allem die immer 800, 900 gekostet. Viele fragen mich immer, geht das dann trotzdem noch? Natürlich geht das noch, ihr seht das hier, auch manche gehen hier trotzdem noch für 1,1 oder 700, 800 weg. Aber der Großteil von der MLS und der Ehrendevise geht nur noch so für 600, 700. Das heißt natürlich, wir kaufen die auch nur noch für 300 oder 400. Wie ihr das macht, zeige ich euch jetzt natürlich. Dafür gehen wir natürlich beide Ligen kurz durch. Ihr seht das hier, also die gehen hier wirklich problemlos weg. 600, wir gehen die am besten weg. Hier haben wir noch wirklich noch ein paar Spieler von der UV-Liste, die ich damals gebaut habe. Die 100k UV-Liste, also ihr seht, da sind noch jetzt, ja, nicht mehr viele Spieler übrig geblieben. Die restlichen sind ja alle weggegangen. Haben wir hier noch, ja, 20 Stück, ist ja völlig egal. Machen wir das mal weg und wir gehen auf die Liste, zeige ich euch, wie ihr die holen könnt, die MLS-Spieler und die Ehrendevise-Spieler. So, Freunde, ihr könnt natürlich hier bei der Ehrendevise bis 400 gehen, dann geht ihr auf Basic und dann könnt ihr eigentlich schon alles abkrasen, was ihr hier bekommt. Also, das heißt, ihr könnt jede Karte hier eigentlich euch einpacken für 400. Ihr könnt natürlich auch sagen, okay, wir nehmen nur die seltenen mit oder Sonstiges. Und wie gesagt, das könnt ihr hier mit jeder Karte machen, dass ihr euch hier jede Karte für 400 einfach mitsnackt, ja. Hier gibt es auch mal billigere. Wenn ihr schnell seid, kriegt ihr die. Ich war jetzt sehr langsam, muss man sagen. Dann nehmt ihr hier jede Karte mit, die ihr hier bekommen könnt für 400 und für 600, 650. Obwohl, das war die MLS, die hier gehen sogar für 700 weg. Könnt ihr einfach jeden für 700. Und die stellt ihr dann einfach alle für 700 rein. Und das ist dann pro Karte dann 300. Ich zeige euch noch gleich, wie ihr die versuchen könnt, billiger zu erbeten. Ihr könnt auch jede Karte nachschauen. Wie gesagt, es gibt Karten, die sind ein bisschen mehr wert. Habt ihr gesehen, bei dem einen Engländer, der war einfach 1-1 wert. Ich bin echt mit Faul. Deswegen stelle ich hier einfach alle für 700 rein. Ihr könnt aber auch wieder nachschauen, wenn ihr sagt, okay, jetzt geht der oder der vielleicht für mehr Geld weg. Ihr seht das hier. Ich bin auch nicht der Einzige, der die Methode macht. Oh, hier ist unser Engländer-Kollege. Der ist immer ein bisschen mehr wert. War er wieder drin für 400? Hätten wir wieder unsere 700 Coins mit ihm gemacht. Aber bieten wir mal auf den. Vielleicht bekommen wir den ja. So könnt ihr das auf jeden Fall machen, Freunde. Also, wer mich fragt, ob diese Methode noch geht. Die geht besser als je zuvor. Wie gesagt, ist ein bisschen abgeändert. Die sind halt nicht mehr so teuer, wie damals, wo das rauskam. Aber die sind immer noch so, dass man gute Profite machen kann. Hier 350, 400 nehmen wir auch mit 400. Also, ihr seht, ihr könnt hier wirklich jeden einkaufen. Für 400 kriegt ihr wirklich reihenweise diese Spieler. Und dann für 700 drauf. Wichtig, macht das mit 100 Spieler. Jetzt gehen wir noch gleich zu der MLS rüber. Aber vorher zeige ich euch noch, wie ihr natürlich bieten könnt. Dafür würde ich euch empfehlen, bietet maximal natürlich auch 400 auf die Karten. Hier stellt ihr dafür einfach hier 350 ein. Und dann bietet ihr auf jede Karte hier. Wie gesagt, ihr könnt hier auch 300 nur bieten. Oder auch 350. Wie es euch lieb ist, könnt ihr einfach drauf bieten. Ja, Freunde. Und ihr seht hier, die MLS-Spieler kriegt ihr sogar für 300. Und ja, das ist dasselbe Prinzip wie bei der Ehrendevise. Plus 100 Coins günstiger. Ihr kauft die für 100 Coins weniger. Ihr verkauft die aber auch für 100 Coins weniger, wie die Ehrendevise-Spieler. Also, ihr kauft die für 300, listet die für 600. Ganz einfaches Prinzip. Auch hier natürlich maximal 300 auf die Bieten. So, 600 in hier. Ja, so könnt ihr das machen, Freunde. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr leichte Methode, die ihr auf jeden Fall machen könnt. Hier 300. Ihr seht, wie viel es hier reinkommt für 300. Und es geht eigentlich jeder weg für 600. Da war sogar einer jetzt für 200 drin. So könnt ihr das auf jeden Fall machen, Freunde. Ja, hier kommen die nächsten rein. Also, hier kommen auch die Karten en masse rein. Ja, das ist das Gute. Ihr könnt ihr natürlich auch ein bisschen ÜV reinstellen. Wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt nicht jede Stunde viele Verkäufe. Dann stellt ihr die für 700 rein. Könnt ihr auch machen. Und die Ehrendevise-Spieler dann für 800, 900. So würde ich euch das ungefähr empfehlen, Freunde. Auch hier könnt ihr natürlich einstellen 300. Und auf jede Karte von der MLS 300 bieten. Ich bin mir sicher, wenn ihr hier 200 auf jede Karte bietet, dass ihr trotzdem in Ladung bekommen werdet. Und dann habt ihr 400 pro Karte, wenn ihr die für 200 erboten bekommt. Also, so könnt ihr das auf jeden Fall machen, Freunde. Ja, und ihr seht das hier. Man kriegt die wirklich für 200 erboten. Okay, den hier will ich eigentlich schon gerne haben, weil er halt 500 Coins safe gewinnt ist. Ja, ihr seht das hier. Für 200 könnt ihr die erbieten, Freunde. Die sollten alle eigentlich für 200 ablaufen. Also, dann holt ihr die für 200. Ja, ihr seht das hier. Für 200. Ja, ein paar bekommt ihr natürlich nicht. Ein paar die Leute, die die SVC machen wollen mit denen. Aber so geht das auf jeden Fall klar. Ja, Freunde, wie ich euch empfohlen habe, LaFont in Form all in zu gehen für 11.500, 12.000 Münzen. Und ihr seht, da ist jeweils schon um 4.000 Münzen gestiegen. Also, wer da auf mich gehört hat, GG. Heute zeige ich euch weitere Informs, mit denen das ähnlich passieren kann. Also, LaFont war halt klar. Ja, habe ich euch ja letztes Video vor einer Woche empfohlen, all in zu gehen. Und 4K pro Karte ist auf jeden Fall stark. Wenn du jetzt mit einer Million reingegangen bist, hast du 1,4 Millionen ungefähr. Also, hast du dich auf jeden Fall rentiert bei LaFont. Gehen wir natürlich auf das aktuelle TDW ein. Wo ich sage, Toppreise auf jeden Fall. Und da fangen wir natürlich auf der Bank wie immer an, Freunde. Ich sage euch jedem Spieler meine Meinung. Bank ist eigentlich wieder nur ein Spieler interessant. Und das ist der Silbertude. Wenn ihr den so für 10.000 bis 11.000 Münzen bekommen könnt, würde ich hier all in gehen bei ihm. Sehr, sehr guter Spieler für den Silberteam. Engländer, schnelles Pace. Also, sollte der Dick Troppen den auf jeden Fall mitnehmen. Von der Bank würde ich die nur mitnehmen, wenn die bei 10.000 sind. Sonst würde ich da keinen mitnehmen. Wir gehen weiter ein auf die Karten natürlich von der Startelf. Und hier muss man sagen, haben wir sehr, sehr viele Karten, die wir investieren können. Hier können wir eigentlich jede Karte bis auf 1.2 investieren. Wir fangen an mit Schmeichel. Schmeichel, Einkaufen, könnt ihr all in gehen, wenn er bei 17.000 Münzen ist. Dasselbe bei Pau Torres, wenn er bei 11.000 Münzen ist. Piqué ebenso, 17.000 Münzen könnt ihr all in gehen. Sanchez könnt ihr auch all in gehen, wenn er 11.500 ist. Auch eine super Karte. Banega, 11.000, guter Preis. Moutinho, wenn ihr für 10.500 bekommt, ein sehr, sehr guter Preis. Weil Janosai für 11.000 werdet ihr auch nichts verkehrt machen. Folien würde ich nur unter 30.000 mitnehmen. Wird er wahrscheinlich vielleicht auch erreichen. Aber ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man den jetzt mitholen soll. Korea würde ich so für 16.000, 17.000 auch einkaufen. Er ist jetzt bei 20.000, also 16.000. Würde ich jetzt nicht all in gehen, weil es nicht jetzt für Preis-Leistung die beste Karte ist. Aber spielerisch gute Karte auf jeden Fall. Deswegen kann man sich da ein paar mitnehmen. Aspas, der Preis sollte nicht stimmen, weil 23.000 würde ich sagen, kann man schon reingehen. Er ist bei 25.500. Das ist ein Preisfehler. Hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn das bei Aspas gestimmt hätte. Also wenn Aspas unter 23.000 ist oder bei 23.000, könnt ihr hier auch all in gehen. Also das ist meine Prediction, besser gesagt. Das ist meine Empfehlung. Was ihr hier einkaufen könnt, Freunde. Wieder sehr, sehr gute Spieler zum Einkaufen. Ich werde da diese Woche auch ein paar Kärtchen mir holen. Ja, könnt ihr auf jeden Fall reingehen, wo ihr Bock habt. Wie gesagt, ihr habt ja reichlich Auswahl. Wir haben hier sehr, sehr viele Karten, wo wir auf jeden Fall mitnehmen können, Freunde. Ja, und zudem haben wir noch die Upgrades von Keita und Kovacic jetzt bekommen. Also, wir haben ja unentschieden gespielt. Liverpool gegen Chelsea. Deswegen haben wir jetzt beide plus eins bekommen, Freunde. Und ja, das wäre es auch mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst sehr gerne ein Abo da, wenn ihr hier neu wart, Freunde. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.